Guten Morgen, ich bin die Karin Luderasch-Landers. Ich habe mein Geschäft übernommen vor ein paar Jahren, von meiner Tätin in der dritten Generation, und heute gehört es einmal meiner Geschichte. Mein Geschäft hat ca. 350 Quadratmeter. Wir haben es im März letztes Jahr umgebaut, jetzt sind wir seitens auf einmal hier. Und wir haben Mode und Bergsport hauptsächlich. Die Übernahme hat sich über mehrere Jahre hinausgezogen. Ich durfte als kleines Kind allen wieder mithelfen und habe auch im Sommeralm gearbeitet. Nach dem Studium verzog, ich durfte mitentscheiden. Es war auch ein Vorteil vonseiten meiner Tätin, dass er es mir gelassen hat und so langsam die Zügel angegeben hat. Aber er steht daheim noch hinter mir und hilft mir eine wichtige Entscheidung, was mir voll wichtig ist. Weil die Erfolge, die er in den 40 Jahren aufgebaut hat, muss ich erst machen. Ich wünsche mir von der Herrenwelt und von der Politik, dass sie einmal zu uns zu Hause kommen, in der Peripherie, in der Dörfland, und sehe, wie wir arbeiten, wie wir leben und dass wir das Fundament der Südtiroler Wirtschaft sind und wir die Hilfe von ihnen brauchen. dass wir in Zukunft weiterhin gut arbeiten und überleben können.